Das ist auch kein Problem, oder? Ne, ich sehe auch kein Problem, denn ich finde die Menschen da wirklich viel Spaß dran und ich will auch Spaß dran haben, können wir viel Spaß dran haben. Also letztlich mal, müssen wir auch nicht machen. Das ist ein ganz schönes Gefühl, dass es ein bisschen aufhört, aber mit dem Spargel haben wir manchmal auch viel Spaß dran. Das ist ein bisschen blöd von der Kamerahöhe. Hallo, wie geht's gut? Wie geht's dir? Das war echt traurig, wenn man die so macht. Das war echt traurig. Das war echt traurig. Das war echt traurig. Das war echt traurig. Ich weiß nicht, dass ich das nicht fülle. Also ich meine, ich lasse es nur aufnehmen, ich kann es nicht fülle. Ich will nicht fülle, aber ich finde immer fülle. Das ist nicht okay. Rest, everyone do the thing with you, oder? Gibt es was an dir, was du nicht magst? Ähm... Also ich habe sehr unsichere Tage, da gibt es einiges, was ich nicht mag finde. Und das ist gut mit dem Auge. Das mochte ich dir gar nicht. Und zum Beispiel mit meiner Nage könnte ich mich leider auch ganz gut fahren. Sie ist ja gerade, aber sie kam halt immer so groß. Boah, das ist nicht der Social-Media-Media-Standard. Bitte was? Ich muss mit dem Account übrigens sehr, sehr aufpassen. Ich habe schon eine Warnung. Und wir wollen ja nicht, dass er gelöscht wird. Aber ihr könnt gerne mein Instagram abchecken. Okay. Ja! Vor allem, ich finde, das Sportbehagen... Das ist mit dem Sportbehagen schon durch. So und so macht es aufs Allmeld. Ich habe viel daran gearbeitet, also ich war ein sehr, sehr, sehr wunderbarer Mensch, wo ich früher auch nichts gegen mich gemocht habe, deswegen habe ich dann auch viel an mir gearbeitet, sozusagen durch das Gym und so weiter und dass man ein bisschen halt auf den Aussehen achtet. Und deswegen bin ich mit der Höhne eigentlich ziemlich sehr groß, weil ich halt natürlich nicht nur das äußere geändert habe, sondern auch das innere. Abgenommen, abgenommen, aufgebaut, ich hatte auch Erstörungsphasen, aber ich bin auch die Zeit ein bisschen dünner als ich mal war. Das ist in meiner Masse-Phase, das war schon heiß, aber ja, vieles kam halt auch durch ein bisschen Probleme mit dem Magen, zum Beispiel konnte ich wenig essen, oder konnte ich wenig essen. So popseln. Good morning, Judah. purchasesخت kindle. verlassen Sie dann nach responsibilities. Um irgend voulais scrollen, wenn ich salut hatte, immer noch von denneten shop. Schlossen hast du schon mal baked? Das war's für heute. Nicht so viel. Ich versuch' voll gegessen. Mein Bauch fühlt sich so voll an. Aber alle, die es interessiert, das ist so ein bisschen zu tun. Ich zeig' euch so viel mit mir. Ich zeig' euch die ganze Garten. Ich zeig' euch so gerne mit mir. Ich zeig' vorher Nudeln, Müll, Segaren, aber auch nicht, sie gegessen. Nudeln ist gut. Mach deinen Hosen ab mit bei US. Im Moment hab' ich noch keinen Freund. Aber wenn, dann hätt' ich's schon gerne. Kann mir jemand so eine Kohle schicken? Ich wünsch' ich würde für immer da bleiben. Danke. Hallo. Komm die ganzen Leute her. Oh mein Gott.